Die musikalische Erbauung für Dich, für heute. Hör Dir Gutes an. Cold Little Heart, Michael Kivanuka Nehmt Euch die Zeit. Etwas mehr als sechs Minuten. Lohnt sich. Hört ihn Euch an, den Mann aus London. Von 158 Millionen Views und Listeners auf YouTube. Das ist schon mal eine Hausnummer. Die haben Geschmack und wissen Gutes zu schätzen. Song ist von 2016. Michael Kivanuka, Cold Little Heart Ist gut. Wirklich gut. Kannste glauben. Los, geh rein. Hörst Dir an. Und der Tag ist Dein.